mann doch da ist einer in Ecke und dahin sind wieder welche jawohl noch Gegner eliminiert du hast den Typen gekillt der dich gekillt hat ja ich weiß mit meinem letzten schuss oh ich wurde geswarned was du war warum habe ich denn immer eine Pistole hinter dir wird es noch 100% gleich einer kommt ja meinst du da geh ich mal hier in Sicherheit da kommt einer von hinten hinter dir kommt jetzt einer ja ich hab's gesehen aber ich konnte nicht rechtzeitig schießen obwohl ich den eigentlich jawohl hatte ich auch getroffen mit nur 36% gehabt 555 steht es bei uns und einer hat er eingenommen ich glaub's ja nicht jetzt haben sie uns eigentlich was gucken könnte man nach oben reißen sagen wir so das ist schon mal gut das ist schon mal gut dann hat er ach du mit einer schmerz auch die haben 200 Punkte jetzt Vorsprung es geht ja gar nicht mehr aber was soll ich ein Kind der 1 209 jetzt ist ganz schön schlecht das ist ganz schön das ist ganz schön das ist ganz schön Wir wollen A-Ende schaffen. Haben sie sogar jetzt auch. Wir machen es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man daran vorbeikommt. Das geht. Müssen wir noch erstmal an den irgendwie vorbeikommen. Da oben ist einer, jawohl. Ich springe wie ein Geisteskranker da durch, ey. Was ist denn unsere? Wie der mich jetzt gekillt hat, weiß ich auch nicht. Nämlich direkt vor ihm lag eigentlich eine Granate, die längst explodiert sein müsste. Ey, der hat mich geblendet und dann konnte ich nicht auf den schießen, ey. Wie schnell ist der im Haus drin, ey? Kann ich was... Ja. Okay, oh, jetzt wollen. Boah. Jetzt komm, machen wir sie fertig. Pass auf, das drehen wir beide jetzt um. Davon träumst du? Dortmunder 1980, ey. Was mit dem? Hätte mich mit einer Claymore umgelegt. Ah, dann ist es hier in deutscher Sinne. Haben sie hier in den Eingangsbereich reingeschmissen. Wenn man die Treppen hochgeht, ist man dann sch... Dortmunder ist ein scheißbekloppter Wichser. Ja. Oh, weißt du das? Das spielt mit einer scheiß Waffe, die ich nicht abkann. Obwohl ich die gerne mal spiele. Ja, bist du bei mir gespawnt, oder wie? Hallo? Ach, du Scheiße. 11, 25 hat mich umgelegt. Die spielen mit 12 und wir gerade mal mit 10. Würde ich sagen, dass man... Das ist schon eine Chance, aber schwer. Hm, die liegen mit... 300 Punkten Vorsprung. Ja, jetzt genau 300. Na, jetzt weniger. Ich will ja nicht sagen, dass ich... Gut bin, aber die... Wie kann man denn... Noch schlechter sein als ich? Aus dem Medik... Ach. Wieder Claymore. Obwohl davor gar keine war. Ich hab's ja noch nicht mehr berührt, glaub ich, gehabt. Bist du auch gestorben dadurch? Gibt's ja nicht, ja. Ich glaube, ich muss gleich harte Geschütze auffahren. Sniper ich gleich. Die haben uns jetzt hier wirklich angekesselt, ja. Ohne Scheiß. Ich geh jetzt erst mal nach B. Wenn ich schaffe... Wenn ich schaffe... Ich schaffe es... Nicht. Ich schaffe es gar nicht im Haus. Im Haus. Mein Deutscher heute wieder. Zum Glück wird er auch umgenähtet, ey. Wo bist du? Ach, da lohnt sich nicht. Hm, ich bin ganz ruhig irgendwie. Na? Ja. Ungewohnt von dir. Jetzt mal hier alle... Umnähten erst mal. Hinter dir? Nee, vor mir. Und hinter mir jetzt. Kannst du mich wiederbeleben? Hm, hm. Bin selber tot. Aber da sind sie alle auf einem Haufen. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Warum spüre ich denn jetzt mit... Ach. Wie können die hier in unseren Bereich rein? Ja, wenn die alle im Fenster sind, kann ich sie wegsnipern. Pass auf. Ich schieße mit dem Raketenwerfer weg. Was die können, kann ich auch, ey. Ernsthaft? Zeigt euch. Komm, das endgültige Ziel für jetzt ist A einnehmen, okay? Hm. Ja, das schaffen wir. Die sind jetzt nicht mehr an den Häusern drin. Hm, wir haben den Raum auch verscheucht. Und ich bin wegen C Claymore gestorben. Aber ich habe jetzt die Sniper-Klasse, das ist nicht gut. Aber ich habe jetzt, äh, Funkfeuer oder irgendwie sowas. Ja, das ist dieses Spawn-Bail. Warum legst du die da hin? Die paar Meter? Ja, aber ist ja egal, wo ich die hinlege. Dann schieße ich einfach mit der Sniper-Hüfte mal. Ja, mach mal. Wenn ich dann sehe, der dürfte eigentlich dann sofort tot sein, oder? Wenn es so wie bei Modern Warfare dann ist. Hm, hier ist die Sniper-2-Schuss, glaube ich. Modern Warfare ist ja auch nicht ein Schuss. Okay, da kommt einer. Da kommt einer. Da, wo ich gestorben bin, kommt jetzt einer. Tot bist du. Hier kommt keiner hoch nach mir. Wart ab. Ja, Hilfe bei... Durch... Durch Niederhaltung. 50. Da unter dir ist noch jemand. Ja. Hm. Ja, mit Pistole. Mit Pistole. 3er Killstreak. Nee, doch nicht. Okay. Nee, doch nicht. Einfach draufgehalten. Jetzt erstmal wieder zu normalen Sturmsorlad wechseln und dann nach dir spawnen. Hä? Wir sind da irgendwie im Haus. Hm, wie hat er mich aber gesehen? Hätte ich doch lieber Sniper behalten, ey. Boah. Da muss der auch einen Sniper haben. Ja, der hat einen Sniper. Der kann mich sonst gar nicht sehen. Jawohl, hat er. Ich nehme jetzt da einen Sniper. Jetzt habe ich Schnauze voll. Es stand vier Stück am Fenster. Boah, sind wir wieder konzentriert. Oh. Nein. Rein, 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 rein. Rein. Erstmal jetzt hier mehr. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Okay, wir haben die Runde leider noch verloren. Leider? Ja, leider. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Ja, mal gucken, wie viel XP ich bekommen habe. Ich habe 93 Kills, 48 Tode. So. Jawohl. So, mit diesem... Ich lasse noch das Bild hier durchlaufen. Private First Class, da. Alter, was habe ich alles freigeschaltet? Ich auch. So, jetzt Sturmsoldat. Boah. Sturmsoldat M416. Habe ich freigeschaltet. Aufklärer, jawohl. Schwerer Lauf. Frontgriff. Und Ordensband. Noch 2000 knapp, dann bin ich nächstes Level. Ich habe insgesamt 60.000 XP bekommen. Aber ich würde sagen, mit diesen Bildern beenden wir diesen Part. Jo, haut herein, ciao.